Ich möchte mal einen Film besprechen, der den deutschen Titel Voodoo Child trägt und im US-amerikanischen Original The Dunwich Horror heißt. Die Titelsequenz verspricht recht viel, der Film hält davon wenig. Es geht um einen seltsamen aussehenden und verschlossen wirkenden Typen namens Wilbur Waitley, gespielt von Dean Stockwell, vielen vielleicht bekannt aus der tollen 80er Jahre Serie Quantum Leap oder Zurück in die Vergangenheit. Yeah! Wilbur hat es auf das sagenumwobene uralte Necronomicon abgesehen, das in der Miskatonic Universität gelagert wird. Er stellt sich selbst als Schüler des Okkulten vor und es gelingt ihm in einem unbeobachteten Moment, Einblick in das Buch zu bekommen. Das gefällt allerdings dem alten Professor Dr. Armitage überhaupt nicht und er ist darauf aus, Wilbur um jeden Preis daran zu hindern, das Buch für seine Zwecke zu missbrauchen. Wilbur lernt die naive Bibliothekarin Nancy kennen, macht ihr was vor, hypnotisiert sie und bringt sie dazu mit nach Dunwich in sein Haus zu kommen und bei ihm zu bleiben. In Wilbers Haus wohnt außerdem noch sein lustiger Großvater und wir erfahren, dass im verschlossenen Nebenzimmer noch irgendwer oder etwas wohnt. Wilbur verabreicht ihr irgendwelche Drogen und setzt ihr Auto außer Gefecht, sodass sie gezwungen ist, bei ihm zu übernachten. In der Nacht träumt sie so richtig kranke Scheiße von einer Bande von bemalten, grimassenschneidenden, tanzenden, kopulierenden Hippies, die sie verfolgt. Und am Morgen ist ihr nicht klar, ob sie es geträumt hat oder ob es tatsächlich passiert ist. Aber sie schert sich nicht drum und ist glücklich. Du fragst mich nichts. Okay, wie fühlst du dich über Sex? Ich denke, es ist großartig. Okay. Dr. Armitage und eine Freundin machen sich Sorgen um Nancy, suchen die Waitley Farm auf, aber sie ist wie ausgewechselt und möchte unbedingt bei Wilbur bleiben. Wir erfahren, dass Wilburs Urgroßvater schon Riten in den Bergen von Dunwich abgehalten hat, Jungfrauen geopfert hat und dafür von den Dorfbewohnern gehängt wurde. Er glaubte nämlich daran, dass er die alten Wesen, die seit Äonen zwischen den Dimensionen leben, unsichtbar für das menschliche Auge, beschwören kann, damit sie Gestalt annehmen und ihre einzige Schreckensherrschaft über die Erde erneut antreten können. Was er sich selbst davon versprochen hätte, bleibt im Dunkeln, denn die Menschheit würde ja vollständig vernichtet werden. Dunwich, Bitch! Ferner erfahren wir, dass Wilburs Mutter seit seiner Geburt in der Klapse lebt und hier offenbart uns der Film einen seiner schönsten Momente. Ich will, dass ich mit dir sprechen möchte. Kill them all! Kill them all! Endlich gelingt es Wilbur, Nancy auf dem Opferstein flachzulegen. Jag, Safa. Jag, Safa! Oh ja, Gips mehr Wilbur, genau da! Ach, mit Tattoos kriegt man die Damen rum. Inzwischen kommt Nancys Freundin auf der Wakely Farm an, fest entschlossen sie da rauszuholen. Doch sie fällt lediglich dem grauenhaften Ding zum Opfer, das in dem Haus wohnt. Keine Chance, Schnecke. Schöne Farben. Ah, da sieht man nicht viel. Oh, wie es nackt. Was ist denn das bloß für ein Ding? Wilbur und Nancy kommen nach Hause. Der Großvater kommt bei einem Gerangel mit Wilbur ums Leben. Wilbur möchte ihn nach den Wakely-Rieten begraben. Aber die gemeinen Dorfbewohner tauchen auf, stören ihn massiv dabei und so ist er gezwungen, das Feld zu räumen. Der Großvater sieht aus wie Obi-Wan Kenobi. In der Nacht bricht Wilbur in der Miskatonic ein, will sich das Necronomicon krallen und wird von einem Wachmann überrascht. Es kommt zu einer Rauferei und... Ah, es tut doch weh. Endlich hat er das Buch. Die Sterne stehen richtig und das Ritual in den Bergen von Dunwich kann beginnen. Zuerst wird das Ding aus dem Wakely-Haus freigelassen. Es ist nicht wirklich sichtbar, aber hinterlässt eine schöne Feuerspur dort, wo es langkriecht. Und wieder die schönen Farbumkehrungen. Windmaschine. Die großen Alten werden gerufen. Endlich geht die Party los. Das Ding wütet in der Gegend herum und macht eine Nachbarfarm platt. Frischen ist auch Dr. Armitage auf dem Weg nach Dunwich, um sich das Necronomicon zurückzuholen. Dort trifft er auf die aufgewühlten Dorfbewohner, die Wilbur töten wollen. Er machte ihnen klar, dass es nicht Wilbur war, der ihre Nachbarn getötet hat, aber dass sie ihn brauchen, um das Ding aufzuhalten, das weiter unsichtbar durchs Unterholz kriecht und im Begriff ist, sich ein weiteres Opfer zu holen. Im altbekannten Farbenrausch. Du hast keine Chance gegen das Farbenmonster. Und es wird unscharf. Die Dorfbewohner kommen an der Wakely-Farm an und sehen das Ding. Komisch. Ich kann nichts erkennen. Außer dem Wind. Wo ist es denn? Was ist was? Was ist was? Och Mann. Aber jetzt. Zeigt es doch bitte. Ich hätte es so gern gesehen. Naja, vielleicht sieht man es ja später nochmal. Unterdessen geht die Party in den Bergen weiter. Wilbur öffnet Nancy die Beine und sie befindet sich in einer Art sexueller Trance. Der wütende Mob ist weiter auf dem Vormarsch und stößt auf das schreckliche, unsichtbare Ding. Oh ja. Komm zu Papa. Gleich sehen wir das Monster. Oh nein. Hilfe. Hilfe. Alle mal in Deckung. Das Windmonster greift an. Ah. Das tut weh. Und das Ding löscht in nullkommanix alle Dorfbewohner aus. In den Bergen geht es heiß her. Das Necronomicon liegt jetzt zwischen Nancys Beinen wie ein literarischer Penis. Dr. Armitage erscheint an der Opferstätte und beginnt sogleich das Ritual zu stören. Leider erfolglos. Er probiert es sein zweites Mal und siehe da, es funktioniert. Wilbur geriet in einen spastischen Taumel, verdreht ein bisschen die Augen, wird vom Blitz getroffen und geht in Flammen auf. Und für einen kurzen Augenblick schafft es doch noch eins von den alten Wesen einen Blick durch das Dimensionsportal zu werfen, winkt etwas mit seinen Gummitentakeln und sofort schließt es sich aber wieder und der Spuk ist vorbei. Dr. Armitage erzählt Nancy, dass in der Nacht, als Wilbur zur Welt kam, zwei Kinder geboren wurden. Offiziell sei das andere gestorben, aber es wurde gefangen zwischen dieser Welt und einer anderen. Und der Vater sei nicht von diesem Planeten. War das also sein Zwilling, der am Schluss seinen Rüssel durchs Portal gestreckt hat? Wollte Wilbur nicht die alten Wesen erwecken? Und wer oder was war das Windfarbenmonster? Und wo ist es jetzt? Ist es tot? Zum Schluss gibt's noch einen Cliffhanger. Das war's. Und der Film ist ziemlich schlecht. Die Geschichte ist langatmig erzählt, die Charaktere sind wässrig gezeichnet und die Effekte sind dürftig. Dean Stockwell ist großartig und die Musik ist gut, aber leider hilft das nicht viel. The Dunwich Horror basiert lose auf der gleichnamigen Story von H.P. Lovecraft. Und genau das ist der Grund, warum ich ihm eine Chance gegeben habe. Für viele gilt der eigenwillige Lovecraft-Stoff um den Cthulhu-Mythos als unverfilmbar und höchstwahrscheinlich haben sie recht. Ich muss sagen, es gibt aber auch noch ein paar sehr gute Lovecraft-Verfilmungen. Aber Finger weg von dieser. Lest auf jeden Fall die Story. The Dunwich Horror-Stoff um den Dроб Vielen Dank.